Liebe Genossinnen und Genossen, ich will, dass die Bundestagswahl entscheidet, dass es den Menschen ab dem 27.09. besser gehen wird. Und das ist das, was mich ab und antreibt. Und das ist das, was mich ab und antreibt. Scheiß da drauf, was wir für Widerstand kriegen. So what? Ist halt so. Wir gemeinsam zusammen rocken das. Ja, 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 ja.